Wo ist er? Kommt er wieder zu spät? Das ist seine letzte Chance. Sonst fliegt er von der Schule. Er hat noch zehn Minuten. Ich schwebe. Auf einer Wolke. Sie ist aus Zuckerwatte. Stefan, aus dem Weg! Was macht ihr hier? Das ist mein Traum. Nein, Lehrer müssen draußen bleiben. Und warum? Sehen Sie nicht das Schild? Welches Schild? Kein Zutritt für Lehrer. Was zum Teufel? Stefan muss draußen bleiben. Ich bleibe hier. Musst du nicht zur Schule? Müssen sie nicht unterrichten? Muss ich das? Schön, ihr seid alle pünktlich. Stefan fehlt noch. Wo ist er? Er kommt sicher bald. Ich hoffe es. Für ihn. Ich muss Stefan anrufen. Er muss sich beeilen. Frau Direktor, darf ich schnell raus? Natürlich. Es ist noch nicht acht Uhr. Heute muss Stefan allein aufstehen. Seine Mutter ist im Ausland. Ich hoffe, Stefan ist schon in der Schule. Ich hoffe, er hört den Anruf. Er hebt nicht ab. Wenn er zu spät kommt, fliegt er von der Schule. Euer Lehrer sollte auch gleich hier sein. Ich hoffe, er ist pünktlich. Sonst fliegt er auch. Stefan hat recht. Ich muss zur Arbeit. Warum sind sie dann noch hier? Vielleicht ist mein Wecker kaputt. Hahaha. Sie fliegen sicher von der Schule. Du bist in der echten Welt viel netter. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich hasse schlechte Nachrichten. Wenn du zu spät kommst, fliegst du auch. Wenn Stefan noch einmal zu spät kommt, werfe ich ihn raus. Das gilt auch für sie. Heute bin ich aber pünktlich. Sie haben auch ihren Pyjama an. Wenn sie fliegen, mache ich eine Party. Wir sitzen im gleichen Boot. Das sind keine Boote, das sind Wolken. Wir haben das gleiche Problem. Und nicht viel Zeit. Ich will nicht von der Schule fliegen. Alle meine Freunde sind dort. Und meine Freundin auch. Hör auf zu heulen. Wir müssen aufwachen. Aber wie? Kann man sich selbst aufwecken? Gute Frage. Du bist doch so schlau. Lass dir etwas einfallen. Denk nach. Wie kann ich aufwachen? Ich habe eine Idee. Wir müssen springen. Springen? Das kann ich wirklich gut. Warum tun sie das? Ich springe. Gleich wache ich auf. Seilspringen hilft ihnen nicht. Was meinst du dann mit springen? Na, springen. Von der Wolke. Bist du wahnsinnig? Das wäre unser Tod. Im Traum kann man nicht sterben. Bist du sicher? Ja, wenn man im Traum stirbt, wacht man auf. Das sieht mir schon oft passiert. Mir aber noch nie. Sie sterben nie im Traum? Nein, meine Träume sind völlig harmlos. Ich kann es nicht riskieren. Vielleicht wäre ein Sprung tödlich für mich. Sie liegen in einem weichen Bett. Es kann nichts passieren. Gleich beginnt der Unterricht. Wo ist euer Lehrer? Und wo bleibt Stefan? Stefan kommt sicher gleich. Das glaube ich nicht. Diesmal sind sie dran. Beide. Wir müssen springen, sterben und aufwachen. Jetzt. Ich kann nicht. Ich riskiere lieber meinen Beruf. Sie wollen arbeitslos sein? Wirklich? Sie finden nie wieder Arbeit. Nie wieder? Nein, aber das ist ihr Problem. Ich springe jetzt. Und fliege nicht von der Schule. So wie sie. Bitte lass mich nicht allein. Stefan! Er ist gesprungen. Ohne mich. Dafür fällt er in Musik durch. Und ich bin allein. Für immer gefangen in der Traumwelt. Hilfe! Ich falle! Ich will zu meiner Mama! Ich will nicht sterben! Autsch! Lebe ich noch? Bin ich müde. Hundemüde. Ich will nur schlafen. Das kann nicht sein. Schon wieder? Bin ich verflucht? Stefan, mein Retter! Du bist zurückgekommen. Um mich zu retten. Dafür bekommst du eine gute Note. Ich bin nicht ihr Retter. Nicht? Nein, ich bin wieder eingeschlafen. Aber egal. Ich springe einfach nochmal. Und schlafe nicht mehr ein. Bitte nicht! Bleib hier! Das können sie vergessen. Für sie riskiere ich nicht meinen Beruf. Beruf? Du hast keinen Beruf. Ich bin Schüler. Schüler ist kein Beruf. Was ist es dann? Ein Hobby. Hobbys machen Spaß. Berufe nerven. Stimmen sie zu? Ja, ich stimme zu. Es nervt, Schüler zu sein. Daher ist Schüler ein Beruf. Ich springe jetzt. Sie Feigling. Ich bin kein Feigling. Beweisen sie es. Springen sie. Zeisspringen? Nein, von der Wolke springen. Du springst zuerst. Nichts lieber als das. Sie Nervensäge. Ich bin dein Lehrer. Das hat Konsequenzen. Lächerlich. Im Traum darf man alles sagen. Das darf man nicht. Man muss Lehrer auch im Traum respektieren. Muss man nicht. Sie sind ein... Sag das nochmal. Das reicht. Dafür fliegst du von der Schule. Sie arbeiten dort nicht mehr, weil die Direktorin sie gerade feuert. Es ist 8 Uhr. Der arme Stefan. Herr Maske tut mir auch leid. Ja, mir auch. Mir tun sie nicht leid. Sie sind selbst schuld. Euer Lehrer ist für immer arbeitslos. Und Stefan findet keine andere Schule. Seit wann sind sie so fies? Sie doofen Kuh. Maja, wie war das? Habe ich mich verhört? Nein, sie haben richtig gehört. Sie doofen Kuh. Ich glaube, ich träume. Dafür fliegst du von der Schule. Pack deine Sachen und verschwinde. Frau Direktor, warum haben Sie plötzlich weiße Haare? Weiße Haare? Träumst du? Er hat recht. Ihre Haare sind weiß. Wollen Sie auch Ihren Job verlieren? Ja, ich denke schon. Ich wäre lieber Taxifahrer. Meinen Sie das ernst? Ja, und Sie sind eine doofe Kuh. Mit roten Haaren. Was ist los mit euch? Seid ihr alle total verrückt? Frau Direktor. Was geht's? Wir sind nicht in der Schule. Was redest du da? Natürlich sind wir das. Aber warum sind alle weg? Warum ist der Raum leer? Der Raum ist nicht leer. Sehen Sie sich mal um. Warum steht hier ein Bett? Checken Sie das immer noch nicht? Checken? Was soll ich checken? Es ist zehn nach acht. Ich habe zwei Lehrer entlassen. Und Stefan und Maja fliegen auch von der Schule. Ist das ein normaler Tag für Sie? Nein, es ist kein normaler Tag. Sag mir endlich, wo die anderen Schüler sind. Sie sind in der Schule, so wie ich. Ich bin eigentlich gar nicht hier. Bernd, wo bist du? Bernd, wo bist du? Was ist hier los? Sie wollte um acht Uhr hier sein. Sie verspätet sich nie. Was für ein merkwürdiger Traum. Wie spät ist es? Viertel nach sieben. Ich habe noch genug Zeit. Hat die Direktorin darauf vergessen? Auf mich? Nein, auf die Zeitumstellung. Das kann nicht sein. Moment mal. Winterzeit? Es ist Winterzeit? 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 Winterzeit?